Ich bin Techniker, ganz ehrlich, gerade im Halt-Lokos. Oh, was haben wir denn hier? Einmal aufmachen. Das ist Bruder 1, das Hauptquartier der Regime-Polizei. Nachdem euer Vater Ende der 60er ihren Kanzler getötet hatte, erweckte General Lothar Brandt die Regime-Polizei mit einem Coup zu neuem Leben. Ein gewagter Schachzug gegen die Machthaber in Berlin, der voll und ganz ausging. Jetzt ist Paris in der Hand der Regime-Polizei. Hoffentlich nicht mehr lange. Sacré bleu. Betritt das Gefängnis. Alter, was ist denn das da vorne? Oh Gott, ich hab das Ding im Gewehren nicht mehr. Was? Die werden nicht mehr. Alles klar, Albi. Ne, sag mir nicht, dass wir das zerstören müssen. Okay, es gibt Schwachstellen, starke Gegner. An den Seiten und so im Keks. Alter, das Ding, das Ding macht mir Angst. Ich hab's ja gleich einen Respekt davor. Ja, 18 Schuss hab ich. Okay, kommt ein Schuss. Okay, alles klar. Nur macht mir da vorbeizukommen, oder? Ist noch nix mit vorbei. Hey. Scheiss. Oh, das ist ja, geht gar nicht. Das spüchert. Schaut mir richtig hin, nicht mal runter hier. Wollen wir noch irgendwie anders vor rein? Sofällig. Ich bin noch kurz hier reingegangen. Weil ich kurz vorliegen. Autsch, 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 Autsch. Ich hab nen Plan. Dass wir abholen. Guck mal noch mehr. Ich dachte, wir werden Muttertyp. Schön wär's. Wo bist du? Weg gegenüber. Ich beeil mich. Nee, du kommst nicht durch. Klar, hast du gesehen? Da ist noch einer. Den hab ich nicht gesehen. So, du lädst bitte. Ja, ich bin da rein. Was da verschwinden, Alter, hier haben. Ja, ich wollte hier grad abholen. Das war knapp. Das war knapp. Ich muss Sachen suchen. Ach, wir hätten auch hier durchgehen können. Oh. Das ist schwierig. Hm, okay. Das Ding muss, das Ding muss zerstört werden. Nee, das Gepängnis steht hier. Ja, aber ohne das Ding zu zerstören, kann man nix machen. Hier ist hier, Munition hier, wo ich bin. Was? Das ist mal zu backen, wie lange wir draußen sind. Alter, wir sind immer näher, verdammt. Ja, wir können immer außen rum, um den rumlaufen. Wenn wir den lustigen Nachteil gibt, gibt's zwei davon. Ich bin grad ein bisschen um, um zu gehen. Den Lasertypen gibt's hier immer. Oh, oh, scheiße. Den Lasertypen hab ich gar nicht gesehen. Hack hier. Good night, Herr General. Komm rein hier. Ja. Warum? Ja, hier drinnen kann ich da reinkommen. Seid, hier ist der Rolli. Ich laufe mal hin und her. Ich bin's mir sicher. Und da drüben. Ach, scheiße, hier ist noch so okay. Komm schon dann zu dir rein. Okay. Okay. Das ist doch ein Abwacker. Nein, Mann, ich kann dir gar nicht mal helfen. So, bist du, wo bist du denn? Nein, bleib an der Scheiße. Ich sag extra zu bitte, komm bitte her. Ich war doch bei dir. Du bist genau gegenüber hier. Und ich hab, ich hab kein Elektrokraftwerk. Verdammt. Egal, mach dich tot. Dann bist du dir überlegt. Ich hab, ich hab's erwischt. Hilf mir. Okay, alles klar. Der Typ fackt mich ja voll ab, ne? Wie kommst du da hin? Wie komm ich denn da hin? Wie komm ich denn da zu dir? Warte, erst wenn die zwei Typen hier draußen tot sind. Ich hab hier auch zwei. Ein Laser-Typen. Gubste drei. Den Laser-Typen kannst du das so ausschalten. So. Oh, nee, jetzt kommt der hier hin. Der Riesen-Komodos tot. Warte, ich... Das ist ein Soldat mit sehr sehr starkes. Zwei Stück sogar. Mit Flammenwerfer. Hey, ich kann jetzt nicht helfen. Nein, nein, nein. Alles gut, bleib. Nee, eben nicht. Ich muss dir jetzt helfen. Das sind ja voll die Typen hier. Kein hier. Es war ja da drin. Ich bin, dass wir von der Weile erst mal sichern. Ich bin, dass wir jetzt hingegangen. Nimm dir. Ich schieß einfach. Achtung. Ich hab keine Granate. Ich hab keine Granate. Ich hab keine Granate. Geh oder so. Oder mit Maustaste reindrücken. Das führe ich jetzt nicht. Ich hab bei mir alles umgelegt. Wenn wir mit drücken. Kümmer dich um den. Kümmer dich um den. Ach scheiße, da ist, ah, da ist, da ist eine Drohne. Der ist auch tot. Drohne ist weg. Ja. Hätten es auch einen Soldat. Aron ist auch weg. Sunny ist auch weg. Jetzt hab ich keine Bungsunnel. Okay. Gut. Oh, Alter. Die Ahnung, das war doch egal. Hier unten ist der Gefängniseingang, so. Ja, wir gehen gleich ins Gefängnis. Dann lass uns ins Gefängnis runtergehen. Alles, dass wir toll latschen hier. Bevor es weitergeht, muss ich kurz gucken, wie hab ich's überhaupt noch über das Waffen. Ich will kurz an den Waffen flaschen. Hab nicht Sinn. Nee, ich will kurz Dings mal an den Pistolen machen. Ich schreibe jetzt nicht gleich, ne? Ja, da brauchst du Punkte dafür, plötzlich. Heißt du, mehr als genug, dein Anländer. Ja, damit zahlst du auch. Naja, mit deinen Punkten. Wenn du auf Kraftweg gehst, jetzt hier. Sag mal, wenn du jetzt auf Kraft gehen, jetzt hier. Eins, eins. Mach mal auch da weiter. Dich kann man ja balistische Munition tragen. Munitionssammler. Genau, Gesundheitssammler. Hätte Hilfe. Du findest Munition? Ja, genau. Das ist wichtig. Okay. Da gibt's noch einiges. Gut, das hab ich ja alles perfekt. So, gut, ich bin jetzt perfekt ausgerüstet. Okay, ich stehe auch schon bei den Munis alles so hochgemacht. Munitionssammler und sowas. Ihr betretet gleich das Gefängnis der Regime-Polizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Sucht ihn. Abby endet. Hm, Wolf. Was? Die edelste Zigarette, die sie jemals rauchen werden. Nur aus allerbestem Tabak genießen sie dem... hollen, milden Geschmack gönnen sie sich heute und jeden Tag ein Päckchen. Die Qualität der so... Die Tag-Hin... Der... Alter, die Qualität der sorgsam ausgewählten Tabak-Sorten wird sie verendet überzeugen. Okay. Also mal wo. So, hier leben. Mehr ja. Ist da lang. Ich kann das mit dem Weg suchen. Dann geht's hier runter. Was war das? Was ist gerade so gekrachtert? Sieht komisch aus. Nee, warum sollt ich? Das ist der terroristischen Bedrohungslager. Ladies, hier müsste irgendwo ein Lager für geborgene Waffen und Ausrüstung sein. Versucht es zu finden. Vielleicht ist das Zeug nützlich. Cool. Danke, Appster. Laserkraft kann die Tür öffnen. So steht drauf, was... was öffnen kann. Da müssen wir rein. Da hat aber keine Laserkraft. Ja, nicht. Was ist das hier mit den Kameras so? Kommst du hoch, ja? Ach, dünn? Da hab ich schon gar nicht gedacht. Und einmal runterfallen, bitte. Hey, was haben wir denn da? Ein neues Gewehr. Echt? Liegt hier. Oh. Ja, das ist das mit der Laserkraft. So, Worte. Ich hab... Guck dir das mal an. Sicherheit. Oder eins. Entschlüsseln. Okay. Der neue Code für die Kiste. Oh. Warte, das muss ich kurz ausschreiben. Code für die Kiste. Der Code für die Kiste lautet... Drei, vier, vier, vier. Wow. Oh, was geht denn ab? Wum schießt ich hier? Alter, was geht denn hier ab? Eins, zwei, sechs, fünf... ...seben, fünf... ...drei, zwei... Hast du gerade automatisch geschossen? Hm? Hast du gerade automatisch geschossen oder was? Ja, ja. Loll. Erst hat's gehangen und dann voll automatisch geschossen. Polizei-Tot. Wo ist mein Schauschützengewehr? Danke. Ja. Tja, Schützengewehr mag ich natürlich am meisten Boah, ich mag das nicht Ich mag Biss nicht, wer man so lange nach Waffen suchen muss Wenn auch eine Taste hier ist, wo du draufdrücken musst, dann kannst du hier durchschweben Ach du Scheiße Was ist das denn? Ein Hund Ein komischer Hund Ist tot Ja, die gibt es hier hinten für die Destergewehr-Munition Kommst du? Ja, ich bin hier Ach du Scheiße Hier komm, frisst Granate, mein Freund Ist das wo heute drüben? Ja Ist blau Munition hier hat man nicht Guck doch deine Karte, wo ich bin Ich bin das schon gar nicht mehr gewohnt Hier so Karten zu gucken Hier lang, hier lang Hier rein und hier drehen wir die Munition Ja, da auf den Tisch Was ist das da? Ja, auf den Tisch Munition Hast du? Hast du? Ja, ja Dann Sicher? Ich hab gesehen, wer gesucht hat, Freund? Hab ich echt gesehen Nein, wir müssen den Weg rein finden 28, 78 Waffenverbesserungen machen Wir müssen irgendwie reinkommen Ja Mal können wir durchlesern Geld Gut, mehr gibt es hier nicht Okay Was gibt es? Hier drüben gibt es weiter Ein Haufen Volaten Oh, ist immer ein Wolf Munition Hier kannst du nochmal aufschießen Warte, mach ich mal schnell Alter, wo war denn das Waffenrad jetzt eingestellt bei mir? Ich weiß genau Irgendeine Taste hatte ich ja genommen zum Waffenrad machen Ganz ehrlich, Option Steuerung Tastensteuerung Waffenausweis ist V bei mir Okay, gut, erklärt alles Dann kannst du mal bei mir Genau V Perfekt Waffenausweis ist auch Aber funktioniert Genau Waffenausweis Ah, gedrückt halten Genau Das ist doch schon besser Das ist schon besser Das ist viel besser Sieht wie ein Panteurraum aus Cool Boah, wir müssen auch wissen, was das was für was ist Ah, okay, alles klar Und gut Oh Das Tor ist offen Mit dem Gegner Sani Das ist ein Riesen Das war mega cool Oh, zwei Stück So, noch gar noch Na ja, komm Komm her Komm zu mir Ich kann die umgehen Wie sie aussieht Wir können sie auch noch mal leben So, musst du zu mir kommen Warte, ich hab mir so kurz geholfen Hier Ich hab das nicht allein Pack mal mit an Na ja Hä, jetzt Ich hatte So viel zu viel Geld hast du eigentlich gar nicht Das ist vielleicht dran Und noch etwas Ja, aber ich kann schon ein bisschen was verbessern Also ich kann erstmal so nichts weiter verbessern Ja Ich könnte höchstens schweren Lauf rein machen Dass ich ein bisschen mehr Schaden verursache Bei meiner Pistole Aber da verliere ich halt den Schalterverhalt Aber ich hab keinen Bock drauf Ich bin meine Schöpfländer am stärker machen Scheiß drauf, ich nehme das Ding da Warte ich so Okay, jetzt hab ich meine Schöpfländer Nur ein bisschen verbessert Ja Achso So, auch machen Na Mädels Der Hauptcomputer dieses Turms Befindet sich in den Archiven Der Regiempolizei Nahe der Spitze Schafft es irgendwie da hoch Er beende Oh was? Mach weiter so Mach die Schweine kalt Okay Na, du hast tot Ja, ich hab mir das Lasergewehr genommen Weiter geht's Auf den Augen Lass mal hier durchglotzen Genau, irgendwas finden hier Das ist ein Granat in den Sternen Was gibt's hier irgendwie nicht? Ich brauch so ein bisschen Geld Ne? Ein bisschen Geld mehr gibt's hier nicht Wow, 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 wow Scheiß die Wand an Hilfe Painter Blöfer damit habe ich nicht wie gröscht Was bedeutet das? Da kommt noch Messager ab wo ist sie denn? seh he, seh he, seh he Da ist okay Da kommt der Wäsche zu mir Fuck Fuck noch ein hund ja es sagt dass das geschäftige also niedergemetzelt von der härtesten sollte es gibt ja hier oben kann man was auch machen ach so ok schauen wir uns um